So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Bei mir ist Dienstag. Ich will dann gleich Karmesin streamen, aber habe gedacht, was habe ich denn schon lange nicht mehr gemacht? Ich war schon lange nicht mehr in der GBL drin. Die neue Season hat ja begonnen. Ich habe letzte Season wieder meinen Rang 21 erreicht. Das ist ja eigentlich immer so. Da ist gar nicht viel nötig. Guck mal, 196 Kämpfe. 122 Siege. Passt. Jetzt bin ich aktuell Rang 1. 6 Kämpfe, 6 Siege. Warum? Bei der Keldeo-Forschung musste man ja in der GBL kämpfen. Fünfmal. Und dann musste man noch einmal in der GBL gewinnen. Das war dann die Nummer 6. Da musste ich leider also schon anfangen. Habe hier also ein Set schon begonnen. Und das finde ich ja gut. Jetzt steht hier unten schon. Sieh, was dich am 15. Dezember erwartet. Heute ist der 13. Das heißt, ich kann jetzt einmal exklusiv eine Ramses Minus-Folge nochmal in der Superliga machen. Ihr seht hier schon genau, wann die Liga wechselt. Das finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich wunderbar. Ne, eine Dur-Bursche schon wieder dran. Ich habe mir ein Team erstellt. Jetzt ist Mosquito vorne drin. Normalerweise habe ich hier Dioxys drin mit Kondor, Steinhagel, Psy-Schub. Dann habe ich ein Azumarill mit Blubber, Hydrobombe, Knuddler. Und dann habe ich ein Registrier mit Zielschuss, Fokusstoß, Lichtkanone. Ich habe aber auch dieses Mosquito mit Kondor, Steigerungssieb, Anfallen. Und eigentlich soll das ja hier dazu dienen, dieses Dioxys, die Schilder rauszuloggen und auch gegen fliegendes Gesocks reinzuknallen. Da ich jetzt aber schon längere Zeit nicht mehr mit dem Mosquito gespielt habe, will ich jetzt einfach mal das Mosquito hier reinnehmen. Will einfach mal starten direkt in die GBL, in die Superliga. Er hat vielleicht, weiß ich nicht wie viel. Wir haben sonst glaube ich immer drei Sets gespielt. Also 15 Kämpfe und sind bei fast einer Stunde gelandet. Mal gucken, ob das jetzt ein Fehler war. Ja, toll. Ne, das ist schon wieder Mist. Ne, ich wechsle mal fix raus. So. Warum müssen die denn jetzt Knuddelluft haben? Die ganze Zeit war alles super und jetzt kommen sie hier mit Knuddelluft an oder was? Das verstehe ich nicht. In den ganzen sechs Kämpfen, in den ganzen ersten fünf Kämpfen war kein einziges Knuddelluft dabei. Erst beim sechsten war ein Knuddelluft, da habe ich aber noch gewonnen. Dadurch habe ich aber auch noch meinen Dioxys am Start. Jetzt komme ich hier mit Mosquito rein und nicht direkt mit Knuddelluft. Also, das ist Mist. Den brauche ich, auf jeden Fall. Ich weiß gerade nicht, ob der mir Schaden zufügt oder nicht. Aber ich brauche auf jeden Fall meinen Knuddel, äh, meinen, 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 meine Zummere. Deswegen muss ich das jetzt mitnehmen. Boah, der hat noch alle Schilde, der hat noch alle Schilde. Ich habe meine Schilde schon weg. Ich habe theoretisch jetzt schon verloren, ja. Das ärgert mich schon. Du willst eine Folge aufnehmen, denkst, ach, das wird lustig, das macht bestimmt Spaß. Und siehst, dass du, ja, tot bist. Obwohl ich ja meinen Move voll hatte und alles andere. Aber hey, guck mal. Ich kann ja rein und kann mit Kampf einfach kommen. Und was macht er? Er ist halt einfach noch am Start und hat halt, ja, noch zwei Schilde. So, ich kann direkt aufhören, ich kann direkt aufhören. Aber lass mich mal was... Hä? Jetzt ist er hier plötzlich mit... Achso, ja, Flug gegen Kampf. Ja, okay, okay, okay. Ich habe keine Schilde mehr, ich bin tot. Habe ich schon erzählt, dass ich tot bin? Gut. Vielleicht hätte ich Moskito nicht nehmen sollen. Vielleicht hätte ich so lassen sollen, wie es war. Ich probiere jetzt mal hier anfallen aus. Guck mal, was das macht. Der wehrt hier ab. Das ist sehr schön. Guck mal, du hast ein Schild weniger. Das habe ich da richtig gut hingekommen. Ein Schild weniger, mein kleiner Kollege. Dann zieh mal bitte das andere Schild noch raus. Also ich mache mir jetzt keine Hoffnung, dass ich da irgendwas noch gewinne, aber... Boah. Es ärgert mich. Oh, er hat gewechselt. Du kriegst einfach auf das Knuddel Luft die Attacke drauf. Und ja, lad mich auf. Bitte, bitte. Aber das bringt ja nichts. Er hat immer noch seinen Homie am Start. Er hat immer noch seinen Homie. Aber ich bin stark. Ich halte viel aus. Aber ich müsste zweimal ihn jetzt auf die Nase klopfen, damit er tot ist. Das wird wahrscheinlich nichts. Meteorologe macht nicht viel. Hä? Habe ich jetzt etwa doch noch Hoffnung? Wollt ihr mich veräppeln? Alle Kämpfe, die ich mit Dioxys gemacht habe, habe ich auf jeden Fall gewonnen und war richtig gut dabei. Jetzt macht man einmal Mosquito vorne rein und es ist ein Krampf. Es ist ein Krampf. Das liegt nur am Team. Lass dich da nicht irritieren. Wenn er nochmal angreift, ja, ja, kriege ich vielleicht hier eine Lichtkanone durch. Nein! Ich glaube, die Lichtkanone hätte ihn jetzt zerfetzt. Ich glaube, diesen Meteorologen werde ich nicht überleben, weil der zieht einfach zu viel ab. Hä? Das war aber trotzdem noch spannend. Wollt ihr mich veräppeln? Dann ist Rang 1. Immer noch. Rang 1. Ah, wir spielen das Set jetzt fertig. Wir haben Mosquito drin, wir lassen Mosquito drin. Das ist Rang 1. Fertig. So, Rang 1. Bam. Ich weiß gar nicht, wenn ich das jetzt aufnehme, wann das überhaupt online kommen soll. Die Wochen sind schon wieder so extrem vollgestopft mit allen möglichen Sachen. Ein Wunona. Hey, das ist Eis. Und ich bin Kampf. Ja. Das ist natürlich auch Fee. Und deswegen ist er natürlich wieder brutal und bringt mich um. Warum habe ich mich überhaupt gerade gefreut? Das macht alles gar keinen Sinn. Ich freue mich und im Endeffekt bin ich trotzdem schon wieder unterlegen. Hm. Bin tot. So. Ja. Was nehmen wir denn dann? Wir nehmen natürlich. Ich habe keine Ahnung, was wir nehmen. Ich nehme einfach Azumare. Na, jetzt habe ich aufs Schild gedrückt. Ich wollte gar nicht aufs Schild drücken. Hey. Ich bin klein und ein Osterhase. Ich habe doch genügend. Der kann doch eh nichts machen. Guck. Dann lasse mich halt jetzt mal ein. Na ja. Je nachdem, was halt zuerst fertig ist. So. Das ist zuerst fertig. Das nehme ich jetzt. Man merkt es schon wieder ein bisschen her, dass ich GBL gespielt habe. Superliga. Drei Millionen Jahre. Ich hatte nur Glück vorhin. Mit den ersten sechs Matches. Und jetzt stehe ich wieder da. Bin am Verzweifeln. Ich muss erst mal wieder in mein Team reinkommen. Ich muss erst mal wieder in die Gegner reinkommen. Ich stehe hier absolut ohne Planung und denke mir einfach nur, hm, das oder das oder das oder das. Ja, was? Bringt er mich etwa auch schon wieder eher um, bevor ich ihn umbringe? Es sieht so aus. Das heißt, ich sterbe wieder mit einer vollen Attacke. Siehst du, hätte ich vorhin meine Attacke gemacht, dann hätte ich es ja wahrscheinlich überlebt. Ja, ich bin tot mit meiner vollen Attacke. Ich lerne halt nicht dazu. Aber ist egal. Oh, Stahl und Feuer. Hm. Warum? Wie konnte ich nur so dumm sein? Ich frage es mich immer wieder. Hätte ich halt einen Move gemacht, wäre der andere weg. Und ich hätte jetzt schön noch eine Hydro-Pumpe vielleicht auf den blöden Vogel machen können. Wäre doch viel genialer gewesen. Also wenn man sich so überlegt, hätte ich den ersten Kampf sogar gewinnen können. Und den zweiten sogar auch. Aber nur wenn man sich so überlegt, ja. So. Wir haben es halt anders gemacht. Wir haben uns halt dafür entschieden zu sterben. Und die Moves nicht einzusetzen und mit den vollen Moves einfach unterzugehen. Also haut raus, haut raus, haut raus. Das heißt nicht umsonst, Ramses Minus. Ich zeige euch, wie ihr verliert. Und gebe euch Tipps, wie ihr gewinnen könnt. Das ist das Prinzip von Ramses Minus. Ne, ist natürlich Quatsch. Boah, ich hoffe die... Wie viel muss ich denn ein? Vier oder drei? Drei oder vier? Ich glaube, drei muss ich machen hier. Ja, drei muss ich machen. Und dann ist das Set ja eh fertig. Und ich glaube, dann nehme ich wieder Dioxys von herein. Das hält halt auch einfach mehr aus. Ja, Mosquito. Ich liebe dich. Ich liebe dich über alles. Aber ich kann mit dir einfach nicht spielen. Ich weiß nicht warum. Du bist der Boss. Aber ich komme dir nicht klar. Du beeindruckst mich so sehr mit deinen Brustkorben, mit deinen Muskeln, mit deiner Gelatine, die in dir rumschwirrt. Aber ich komme halt nicht klar. So, du lenkst mich ab. Boah, guck mal, wie das schon wieder durch die Arme durchfließt. Das sieht richtig genial aus. Guck mal, so eine schäbige Aqua-Haubitze bringt mich hier komplett um. So, und bevor ich jetzt sterbe, nehme ich jetzt Anfallen. Weil ich eh keine Ahnung habe, was man Käfer eigentlich braucht. Und deswegen probieren wir das jetzt einfach so. Angriff sinkt. Das ist schon mal interessant. Hm, du bist, ach komm, ist mir doch egal. Weil du bist Drache, genau. Knuddler, pff. Im Endeffekt wechselt der eh gleich raus. Brutto, bleib mal drin. Du kannst mir nichts. Ich bin hart im Nehmen. Ich lasse das einfach mal durch. Ich habe eigentlich immer ein blaues Azumarill gehabt, aber wegen euch musste ich das ja maxen. Deswegen ist das nicht mehr da und ich musste einfach irgendeinen Shiny nehmen und dem noch ein paar Moves geben. Das ist nicht so gut, ne. Wer immer denkt, Shinies sind besser und stärker, das ist Quatsch. Das Shiny hier ist schlechter gefühlt als das, was ich hatte. Liegt aber nicht daran, weil es ein Shiny ist, sondern einfach nur, weil es halt andere Werte hat. Obwohl ich die Werte von dem anderen auch nicht weiß. Das andere waren 100er. Das ist wahrscheinlich sowieso noch schlimmer. So, was mache ich jetzt mit dir? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall hat er rausgewechselt und hat auch gar nicht mehr so viel Energie gehabt. Ob das jetzt was bringt, dass er ihn jetzt reingeholt hat? Er hat noch ein Schild. Ich habe noch ein Schild. Er macht nicht viel Schaden. Ich mache nicht viel Schaden. Ich würde mal jetzt ein Schild nehmen. So, jetzt müsste er eigentlich sein. Angriff sowieso noch weiter sinken. Nein! Dann sinkt halt der Angriff noch weiter. Dann macht er noch einen Steinhagel. Jetzt habe ich noch hier einen Knuddler im Peddo. Schmeißen wir den halt noch raus. Mal gucken, ob er den durchlässt. Oder abwehrt. Er hat den durchgelassen. Er hat jetzt bestimmt nicht noch eine Attacke voll, oder? Jetzt kommt er mit seiner Attacke zurück. Aber er hat zweimal seinen Angriff geschwächt. Vielleicht ist er so schwach, dass er mich nicht umbringt. Psichu. Ich habe es überlebt. Dann kann ich ihn doch jetzt... Na ja, er holt wieder seinen Homie rein. Und, und, und? Ein Knuddler auf den Homie. Aber er hat, glaube ich, immer noch ein Schild. Er hat, glaube ich, immer noch ein Schild. Das Schild nimmt er auch jetzt. Jetzt muss ich mal überlegen. Weil, der hat noch alle drei Pokémon, aber alle halt mit verkackten... Mit wenig wie P. Und ich kann halt mit meinem Quick Move einfach keinen Schaden machen. Gar nichts. Super, dass du Erdbeben hast. Du bist der Beste. Scheinlich haust du jetzt noch eine Aquahaubitze hinterher und bist direkt fertig, oder? Ich habe es bisher immer geschafft, auf Rang 20 so einzusteigen, dass meine Punkte über den 2.000 sind. Meistens so bei 2.100. Weil ich in den unteren Bereichen immer gut abgeliefert habe. Andere, die verlieren ja absichtlich, um schneller voranzukommen. Für mich war das nicht absichtlich. Ich versuche wirklich, nicht nur rein und dann schnell aufgeben, damit man die 5... Kämpfe verloren hat und dadurch direkt den nächsten Rang hat. Weil ihr müsst ja nicht mal, ihr müsst ja nur spielen, ihr müsst ja nicht mal gewinnen. Und dann reicht ja wieder weniger. Komm mal jetzt hier raus, Mann. Du machst mein ganzes Team kaputt. Mach mal wieder so. Also ich versuche trotzdem, alle 5 Kämpfe immer ernsthaft zu spielen. Und manchmal gewinnt man dann mal 5 und nochmal mal 5 und nochmal mal 5, obwohl man bei 5 Verlorenen auch aufgestiegen wäre. Aber dann sammeln sich die Punkte ja im Hintergrund. Und da ist später dann oben halt schon ein besseres Ranking. So, Branawatz ist doch Boden. Boden. Er ist Boden und er ist auch gleichzeitig Wasser. Und was mache ich? Ich steinhagel, weil ich einfach keinen Psy-Schub machen möchte. Weil er ja sonst meinen Angriff schwächt. Natürlich bin ich nicht sehr effektiv. Ich wüsste auch nicht, was er jetzt hat. Was mir... Lehmbrühe... Boah, ich glaube, da kann man Theor... Hä, was willst du jetzt von mir? Angriff sinkt. Angriff sinkt. Ich mache extra keinen Psy-Schub, damit mein Angriff nicht sinkt. Und dann sinkt er durch seine Lehmbrühe. Pass auf, dann kriegst du jetzt halt hier einen Psycho-Schub trotzdem. Ist jetzt eh egal. Also, machen wir es halt so. Sinkt nochmal. Aber vielleicht kann ich ja, je nachdem, was er hat, wechseln. Nee, er hat... Oh, jetzt hier. Jetzt Steinhagel. Steinhagel, komm. Steinhagel auf... Hä, ist das nicht ein Victini? Ne, da steht Feuer und... Ich habe gar nicht gesehen, was ist es doch. Victini, Feuer und... Hä? Jetzt wechselt er wieder auf Pflanze und auf Gift. Komm mal zurück. Mach mal nochmal hier Psy-Schub. Ich lasse ihn jetzt sterben. Da kann ich besser variieren und auswechseln. Obwohl, er hat ja gewechselt. Eigentlich hätte ich ihn nachher wechseln müssen. Also, was mache ich eigentlich gerade? Schwachsinn. Der bringt mein Vieh um. Ich sag's dir, aber ich hole das Vieh trotzdem rein. Hast du nicht Eis? Nein, du hast natürlich kein Eis. Aber mach mal, mach mal, mach mal. Wir müssen seinen... Bestimmt Flora-Statue. Wir müssen Flora-Statue abwählen. Ich drück mal drauf. Ist es Flora-Statue? Ja, es ist Flora-Statue. Statue, Statue, Statue. So. Kriegen wir einen Knudler hin. Und dann möchte ich bitte sofort raus wechseln. Einfach nur so halt. Hat ja auch gewechselt. Jetzt wechsle ich sofort raus. Dann kannst du ruhig deine Flora-Statue hier auf mein Registril machen. Ich hoffe, das Registril hält so viel aus, dass ich mir den Quick-Moves den Rest runterschieben kann. Er wechselt wieder. Wieder aufs Victini. Achso, der hat ja Feuer da mit drin. Was hat der denn für Attacken? Ich hab noch nie einen gehabt, der mit Victini gekämpft hat. V-Generator. Okay. Oh mein Gott, nein! Bin ich bescheuert. Ich hab gedacht, ich bin tot. Ich hatte meine Moves doch voll. Ich hätte wenigstens noch ein Schild rauslocken können oder sowas. Ja, jetzt habe ich es natürlich verpasst. Ah! Wieder eine verpasste Chance. Die Moves waren noch voll. Ich hätte auch einmal noch hier zünden können. So. Jetzt geht's weiter. Er hat noch ein Schild. Ich muss gucken, was ich hier mach. Er kommt mit seinem Visa-Floor. Tja. Dann war's das für mich, weil er jetzt noch eine Flora-Statue hat und ich weg bin. Also auch mit Dioxys vorne drin. Null. Null. Gar nix einfach. Gar nix. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Meisterliga sehr gut finde. Mit meinem eingeschworenen Team. Was postet sich denn hier immer zu für Zeug? Was hat Niantic? Ankündigung. Niantics neuestes AR-Spiel steht kurz vor dem Start. NBA All World weltweit verfügbar. Seid ihr NBA-Fans? Hey Bruder, nimm doch jetzt einfach Azumarill. Dann kannst du doch gegen den Bodentyp mit Wasser. Aber der hat ja auch Elektro. Also es ist egal, was ich habe oder was ich nehme. Der Gegner ist halt einfach immer besser aufgestellt. Das liegt nicht daran, dass der Gegner ein cooles Team hat, sondern dass mein Team halt einfach dasselbe Team ist wie 100 Jahre vorher. Und einfach nicht mehr aktuell. Es ist nicht mehr up to date. Die Meta hat sich verändert. Die Attacken, die Pokémon, alles. Jetzt sagen sie natürlich wieder, wieso Flunschlick hat man schon immer gespielt, ne? Nur weil du nicht mitmachst. Wer braucht denn aber bitte schön ein NBA-Spiel? Vor allem so viele komische Spiele wollen sie raushauen. Alle werden eingestampft und kommen doch nicht raus. Aber ein NBA-Spiel wird released. Dafür haben sie Zeit und Geld gehabt und alles andere. Na jentig, na jentig. Da hätte mich was anderes aber trotzdem eher interessiert. Obwohl ich eh keine Zeit habe für gar nichts. Ich soll mal Pikmin Bloom einstampfen. Gibt es hier Pikmin Bloom-Fans? Die Pikmin Bloom zocken? Schreibt es mal in die Kommentare. So, jetzt bring mich um. Bring mich um. Ich nehme es mit. Ich hole dann mein Mäuschen rein und dann spritze ich dir eins von Latz. Und dann schaffst du es bestimmt, mich nicht nochmal anzugreifen. Aber ich kann schon mal ein bisschen aufladen. Wir haben beide ein Schild. Okay, was hast du jetzt? Was hast du jetzt? Ich bin schon wieder Pflanze. Boah, ist das ein Dreck hier. Wer ab? Nehm dein Schild. Ich könnte ja theoretisch erstmal so drinbleiben. Und er macht. Er wehrt nicht ab. Ich wechsle trotzdem jetzt. Ich wechsle hier auf meinen Homie. In Spee. Ich kämpfe uns jetzt einfach hier durch. Ist mir jetzt egal. Ich weiß ja auch nicht, was der hat. Das ist mal so drin. So, mit dem brauche ich auf jeden Fall. Der steckt einiges weg. Mondgewalt. So. Schilde der jetzt. Dann hat er auf jeden Fall kein Schild mehr. Ich würde die nächste Mondgewalt noch abfangen. Bestimmt. Ja, das sieht gut aus. So. Gucken, wer jetzt sehr am Drücker ist. Bruder, ich starf vor dir. Ich starf vor dir. Guck doch mal hin. Ich darf. Und du darfst. Nix. Sehr effektiv. Er ist weg. Wir haben noch einen Atmo-Reihe hinten drin. Im Arsch. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Fokus-Stoß. Komm, mach Fokus. Aber Fokus-Stoß ist voll. Ich will den Fokus-Stoß jetzt durchbringen. Dann bin ich eh tot. Und dann kann ich den Rest auch so machen. Mit unserem kleinen. Bitte, 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 bitte. Fokus-Stoß. So, jetzt einmal für dich. Weil du bist Atmo-Reihe. Ein Fokus-Stoß. Boom. Das sieht gut aus. Jetzt bin ich tot. Jetzt machst du bitte den Rest. Komm, du hast doch noch fast volle Energie. Du wirst dich doch nicht von einem Wasser-Pokémon niederknüppeln lassen. Was kann denn der? Auch Aquahubitze bestimmt. Aquahubitze. Und? Kalkklingel. Stimmt. Der hat ja was anderes. Was aber einfach gar keinen Schaden macht. Das ist der erste Sieg. Der erste Sieg in diesem Video. Schon 20 Minuten gespielt. Oh mein Gott. Wir gehen gleich in den nächsten. Wir nehmen natürlich dasselbe Team wieder. Wir rotzen jetzt einfach die Sets durch. Jetzt muss ich nochmal lesen. NBA. Am 23.01. NBA All World. Welt, weltweit. Da kann ich verstehen, dass die Leute Daumen nach unten geben. Also sowas braucht man ja gar nicht. Weiter, weiter, weiter. Gestein, Gestein. Komm mal her. Jetzt wechselt er natürlich raus. Auf Flunschlik. Ah, das ist wieder das mit Elektro. Aber egal. Er wechselt. Ne, ist es nicht. Es ist Stahl. Ich habe doch Konter. Eigentlich bin ich doch recht gut. Ich muss mich nur ein bisschen halten. Dann bleibe ich jetzt hier drauf. Auf dem, wie ich gerade bin. So, guck mal, wie schön das abnimmt. Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Der Bierschanga hat geschrieben. Der Tobi hat was. Alle haben was. Jetzt lasst mich auch mal hier was. Guck mal, ich habe jetzt... Er ist ja eh gleich tot. Ich auch. Da kann ich jetzt ruhig auch meinen Angriff nochmal kaputt machen. Und einen Psi-Schub nehmen. Und gucken, was passiert. So, nicht sehr effektiv. Aber, aber, Angriff sinkt. Wollen wir ihn behalten? Nein. Ah, sterb ruhig, sterb ruhig. Obwohl er hat rausgewechselt. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was das erste Pokémon von ihm war. Er hatte... Ah, ich weiß es nicht mehr. Ja, egal. Ich nehme jetzt Galaflunsch. Ah, Galaflunsch. Ich nehme gar nichts. Ich nehme Azumarill rein. Er kriegt natürlich wieder einen Move durch. Es kann doch nicht sein. Steinhagel. Okay. Steinhagel. So, jetzt kommst du mit Sumpex. Boah, du darfst nicht gegen mein Registil. Du bringst das um. Ich muss dich also besiegen. Wenn du Erdbeben hast. Wir zwei. Du und ich. Jeder hat ein Schild. Ja, was macht er aber zuerst? Ach, der Aquahaubitze bräuchte ich nicht Schild. Ein Erdbeben? Ich weiß es nicht. Ach, wir lassen es einfach mal durch. Aquahaubitze. Uh, nicht sehr effektiv. Hat ein bisschen funktioniert. So, mal Knudler. Jetzt muss ich aber schilden, weil ich bin nämlich gleich tot. Dann war alles umsonst. Aquahaubitze. Ja, du hast ja auch noch einen. So. Knudler. Wäre da nicht vielleicht Hydro-Pumpe sogar besser? Ich meine, der ist auch Wasser, aber der ist auch Boden. Ich glaube, die knallt trotzdem voll rein. Also, hallo? Lohnt sich das jetzt? Komme ich nochmal dazu, einen Knudler zu machen? Der hat halt so schnell immer vollgeladen. Deswegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Er wechselt wieder raus. Ich wechsel jetzt auch einfach. Habe ich gewechselt? Ne. Was habe ich denn gemacht? Hat er was gemacht? Hä? Zoom-Pax? Ach ja, er ist rausgewechselt auf was anderes. Und das andere habe ich umgebracht. Und jetzt kommt er mit seinem Zoom-Pax zurück. Aber er hat nur... Nein. Kein Erdbeben. Du hast keinen Erdbeben voll. Jetzt hat er bestimmt einen Erdbeben voll. Und er hat... Oh, Aquahubitze. Das ist sehr gut. Lass mich wenigstens hier eine Lichtkanone machen. Komm. Die ist eher voll. Du hast nicht mehr so viel. Das könnte mir zum Sieg verhelfen. Wenigstens über dich. Nicht sehr effektiv. Passt aber. Kommt rein. Mit seinem Noctu immer noch. Von hier vorne. Dann bring Noctu um. Und dann gebe ich dir noch einen Knudler drauf. Oder so. Ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut. Und... Bringst du mich überhaupt um? Ja, er bringt mich um. Und... Ein Knudler auf das Noctu. Wow. Überall rumdrücken gleichzeitig. Ich habe nicht mehr sehr viel. Ach, verdammt. Ich habe gar nichts mehr. Gut, er hat gewonnen. Ich habe es wieder verkackt. Hätte ich Aquaknarre machen sollen. Oder sowas. Himmelsfeger. Hui. Und weg ist er. Typ normal. Typ flug. Ja, okay. Nächster Kampf. So, weiter. Fertig hier. Bam. Junge. Bam. Guck dir das an. Ach. Freue ich mich ja schon, wenn in zwei Tagen dann die, äh... Hyperliga kommt. Ich glaube, Hyperliga habe ich immer lieber gespielt als die Superliga. Da gibt es weniger Auswahl, sage ich einfach mal. So, ich bin doch schon wieder... Das verstehe ich wieder nicht. Ich bin... Kampf gegen Unlicht. Aber Flug gegen Kampf. Hebt sich auf. Er stark. Ich nicht. Schmarotzer. Hm. Weil ich Psycho bin. Ich habe aber Stein. Gegen Flug. Dann macht das was. Schilde natürlich. Kann ich ja jetzt auch mal schilden. Wenn ich es schaffe, zwischendurch nochmal einen Steinhagel voll zu machen. Komm, du hast ein Schild verbraucht. Dann verbrauche ich jetzt auch ein Schild. Ich möchte bitte den Stein werfen. So, komm, komm, komm. Nicht rauswechseln. Lass mich wenigstens mal sehen, wie viel das ausmacht. Oder wie viel Schaden. Ja, sehr effektiv. Okay, okay, okay. Äh. Boah, jetzt hätte ich gesagt, da wäre fast Psy-Schub voll gewesen. Das hätte man machen können. Aber haben wir nicht. Lassen wir uns sterben. Wir sind tot. Das nehmen wir jetzt. Er hatte noch ein Schild. Nehmen wir Azumarill. Okay, wir wühlen hier weiter rum. Der geht raus. Er geht raus. Da geben wir jetzt auch raus. Pass auf, dann machen wir es jetzt so. Er macht eine Attacke. Er macht sicherlich keinen Fokusstoß. Hoffe ich. Das ist so schnell voll gewesen. Lichtkanone. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil. Ja gut, er hat auch noch ein Schild. Der wäre jetzt sicherlich ab. Ich könnte ihn so wegklatschen. Vielleicht hat er nur einen Move. Ne, er wäre ab. Okay. Ja. Dann wäre ich aber jetzt auch ab. Aber wer jetzt zuerst den Fokusstoß voll hat, hat gewonnen. So ungefähr. Spiel mal das jetzt so. Jetzt wieder die zwei LKWs. Fokusstoß. So, komm jetzt nicht rauswechseln. Bleib gefälligst drin. Bleib drin. Bleib drin. Jetzt hau ihn bitte weg. Sonst haut er dich weg. So. Und Fokusstoß. Zack. Weg ist er. Genial. Und hab noch über die Hälfte Energy. Wer kommt rein? Bolterus. Mann. Hey, da kann ich doch auch einen Fokusstoß drauf machen. Nein, jetzt kommt natürlich Griffheldis wieder. Griffeldis. Fokusstoß. Aber der ist auch weg. Das heißt, der wird gleich meinen Bolterus umbringen. Ich wechsel einfach mal hier rein. Ich geh jetzt einfach mal hier drüben drauf. Nein, ich hätte Hydropumpe machen müssen. Das war schon beides voll. Und da ist der Daumen gleich hier rüber. Das macht doch gar nichts. So, aber was kann er denn gegen mich? Ich hätte den mit Wasser wegspülen können. Oder ich hätte den mit Kampf angreifen können. Ja, er macht Steinkante. Das macht ein bisschen Schaden. Komm, du greifst doch mit Wasser an jetzt hier. Mach mal eins, zwei, drei. Lass uns ein bisschen Spaß haben. Genau. Jetzt eine Hydropumpe. Oh. Er hat die Hydropumpe voll. Okay. Guck mal, wenn das blaue Wasser auf das gelbe Pokémon plätschert, wird es bestimmt auch wieder blau nach einer Zeit. Und er ist tot. So. Ich glaube, wir finden langsam wieder zurück. Der Kopf ist wieder frei. Die Pokémon sind angekommen. So, Nächster. Ich möchte ja wenigstens immer die Pokémon-Belohnung bekommen. Das ist mir eigentlich immer das Ziel, was ich habe. Wenigstens die Pokémon-Belohnung. Mehr möchte ich ja gar nicht. Im letzten habe ich jetzt einen Kampf gewonnen gehabt, den ihr nicht mal gesehen habt, weil er schon davor war. Glaubt mir doch kein Mensch, dass ich das war. So, Blitzer, Blitzer. Was kann Blitzer eigentlich? Schwache Verbindung. Ich hoffe, das heißt, er ist rausgeflogen und ich darf machen, was ich will. Nee, heißt es wahrscheinlich nicht. Er wechselt. Ah. Auf Tobieres. Aber. Ist doch Unlicht. Nee. Ist Geist. Und Unlicht. Und irgendwas anderes. Ist Unlicht. Aber auch Geist. Bringt das jetzt was? Bringt das was? Das bringt nichts. Wieso gehe ich auf Stein? Nein, weiß ich auch nicht. Das kann ich sonst noch machen. Ich könnte auch auf meinen Azumarill wechseln, weil der ist ja jetzt im Vorteil, sagen wir mal. Und hier, dem kann er ja eigentlich gar nichts anhaben. So. Wir schilden auch nicht, weil du hast nur Unlicht- und Geistattacken. Du machst Schmarotzer. Mhm. Das ist nicht viel. Du hast also frisch gewechselt. Ich könnte in Ruhe unseren Knuddler voll machen, glaube ich. Los, 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 los. Er macht noch einen. Hat er noch einen anderen Move? Er hat. Ein. Nö. Schmarotzer. Ah, gut. Der wird wahrscheinlich eh gleich wieder wechseln. Bis ich meinen Move voll habe, weil ich zu spät gewechselt habe, ist er schon wieder raus. Er ist nicht raus. Er ist noch da. Er ist noch da. Er ist noch da. Ein Knuddler-Boom. Abgewehrt. Und er hat keine Schilde mehr. Und er geht jetzt. Oh, er wechselt jetzt natürlich. Die Sau. Ich muss raus. Ich muss raus. Der muss am Leben bleiben. Und dann muss ich raus. Und er hat keine Schilde mehr. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können auch vielleicht jetzt schnell, 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 wechsel, 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 wechsel. Nein. Ich brauche das Schild. Komm, der Wechsel-Button ist schon voll. Ich muss jetzt raus und wechseln. Und ich kann wechseln. Und ich bin drin. Und ich haue einfach noch ein bisschen hier drauf. Und dann mach halt einen Psi-Schub. Hauptsache, du bist eher dran als der Gegner. Wir haben noch ein komplett volles Registil. So. Muss reichen. Weg. Komm reichen mit dem Schäbigen. Achso, ich weiß ja auch nicht, was er als drittes hat. Und er kommt wieder mit dem Schäbigen, genau. Er bringt uns vielleicht um. Aber ich habe Knuddler voll. Und? Oh Mann, jetzt habe ich hier drüben gedrückt. Fast. Fast falsch. Guck mal, ich habe keine Energie mehr. Ich wollte drücken, weil ich dachte, das Azumarill kommt schon rein. Aber da war erst mal die Pokémon-Auswahl. So, er ist auch weg. Gut. Der ist der nächste. Quaxo. Ob da... Ey, da geht noch ein Knuddler. Guck... Nee, er darf eher angreifen. Dann ist er wenigstens, hat er seinen Move weg. Und wir fangen beide wieder bei Null an. Quaxo-ser-Fahr. Weg. Raus. Jetzt komme ich hier. Was mache ich denn gegen dich? Guck mal, wie viel Schaden ich mache. Soll ich jetzt eine Lichtkanone machen? Oder soll ich einen Fokusstoß machen? Fokusstoß ist die deutlich stärkere Attacke. Und bei Wasser ist es egal, was du machst. Ja. Gut, dann drücke ich nicht. Dann mache ich so weiter. Und drücke jetzt mal auf Fokusstoß in der Hoffnung, dass es stärker ist. Ich hätte ja am Anfang mir mal die Werte merken können oder anschauen, was jetzt mehr knallt. Boom. Der knallt schon mal gut. Jetzt muss nur noch einmal die Lichtkanone fertig sein. Bitte, 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 komm. Der ist nicht stark. Der tut ein bisschen Wasser auf mich gießen. Das kann auf jeden Fall nicht... Nichts. Nichts kann das. Es ist auch nur ein Surfer. Die Lichtkanone reicht. Vielleicht wäre die trotzdem auch krass gewesen. Aber ja, einmal so, einmal so. Passt. Lichtkanone. Weg damit. Zack. Fertig. Drei gewonnen. Das gibt auf jeden Fall die Pokémon-Belohnung. Die Bogelmon-Belohnung. Die Bogel. Die Gogel, die Gogel. So. Ist gleich 17 Uhr. Muss mich ranhalten hier. Fünf ausgetragen. Genau. Und da ist die Pokémon-Belohnung. Und es ist ein Mediti. Watsch. Und nochmal Watsch. Warum mache ich das eigentlich so? Das ist total sinnlos. Jetzt muss ich hier rein. Muss wieder suchen. Muss gucken, ob es den überhaupt gefangen hat. Und wie gut er ist. In der Zeit hätte ich auch einfach 10, 11, 10. In der Zeit hätte ich auch einfach normal ihn fangen können. Und hätte es dann gesehen. So. Das ist Rang Nummer 3. Das ist vollkommen korrekt. So will ich das sehen. 33 Minuten aus. Rein. Schnell. Und zack. Und weiter geht's. Da haben wir jetzt ein bisschen den Dreh raus. Das ist wieder so. Einmal das Spielen. Und beim nächsten Mal. Hyperliga. Einmal. Und dann Meisterliga. Einmal. Und dann liegen dazwischen immer 10 Wochen gefühlt. Und alles, was du jetzt gerade lernst und verinnerlichst, ist halt dann schon wieder egal. Weil ich spiele ja meistens nur Meditalis. Ich spiele ja meistens nur, wenn ich das aufnehme. Und deswegen darf ich nicht auf dem Sofa sitzen gemütlich nebenbei und zocken. So, der hat rausgewechselt. Aber komm, dann wechseln wir jetzt auch mal raus. Einfach hinterher. Kampf. Kampf. Psycho. Eishieb. Macht eigentlich auch nix. Okay. Bin ich ja guter Dinge. Dass ich das eigentlich gut wegstecke von dem. Ja, Junge. Wie oft darfst du denn hier kämpfen? Angreifen. Ist eine schöne Hose an, ja. Guck mich an. Ich hab gar keine Hose. Brauch ich nicht. Hat mir nicht gepasst. Die rutscht immer beim Bauch so runder, weil der ist so oval. Dass du die Hose so nach unten schieben automatisch. Da kann ich gar nix dagegen tun. Jetzt fehlt es nur noch, dass der DPD-Mann versucht, Julchen ihr Paket doch heute noch zuzustellen und klingelt. Und ich kann nicht runder. Und dann sagt er ja, ich war nicht da. Also. Was ja dann auch so ist. Ähm. Greift der mit was Stahligen an? Der hat doch keine Stahlmoves, oder? Erdbeben. Ne. Und dann bleibe ich jetzt erstmal so drin. Noch. Kurz. Mach eine Hydro-Pumpe. Weil Stahl gegen Fee, aber der hat ja keinen Stahlberuf, soweit ich mich erinnere. Der macht ja immer nur andere Sachen. So, Hydro-Pumpe. Zack. Jetzt hat er zwei weniger. Da ist noch ein Walreiser. Ähm. Das nimmt kaum Schaden. Also das Azumarill ist halt wirklich fett. Und dann sehe ich mich schon, wie ich mit Konter das Walross schlage. Er hat jetzt auch keine Schutzschilde mehr. Ich habe noch zwei. Okay. Dann können wir jetzt gemütlich doch mit Dioxys rein und draufhauen, oder nicht? Eins. Zwei. Drei. Auf jeden Fall nicht den Angriff schwächen. Das wäre Quatsch. Also keinen Psy-Schub machen. Machen wir halt mal das zwischendurch noch. Kann ja nicht schaden. Ist ja voll. E zwei. Ähm. Und er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. So, das schon wieder. Ein Admin hat den Namen der Gruppe geändert. Playstation 3, 4 und 5 Spiele, Verkauf und Zubehör. Da bin ich schon seit 300 Jahren nicht mehr drin gewesen. Also das ist mir eigentlich egal. NBA. Spiele drehen. Das nächste Ticket kommt. Ich werde wohl Shiny Peaker. Liam Carps hat was gepostet. So. Fertig. Guck mal. Nächster. Banser Egon. Banser Egon. Du bist Egon. Hab ich gehört. Dir werfe ich auch Steine hin. Pass mal auf. Dir werfe ich Steine hin. Die sind ja auch recht schnell voll. Konda. Stahl. Aber der hat ja Flug. Scheint ihm aber. Scheint egal zu sein. Ist mir doch egal, dass ich Flug bin. Ich bin Banser Egon. Das ist Sturzflug. Tod. Dann ist er halt tot. Mann. Ich hab doch noch zwei. Guck. Ich bringe dafür dich um. Und jetzt ist es ausgeglichen. Beide haben noch ein Schild. Nur hab ich meine Moves schon weiter voll gefüllt. Und deswegen. Lasst euch davon gar nicht beeindrucken. Wat? Typ normal. Zwollok. Was ist denn, wenn ich mit Knuddler angreife? Macht das was? Ich glaube, bei normal ist nur Geist und normal. Die haben irgendwie Probleme miteinander. Der Rest ist doch eigentlich egal. Also ich kann ja auch mal einen Knuddler ausprobieren. Ansonsten. Lass ich mal durch. Ich bin mal mutig. Ich lass mal durch. Was ist denn? Mal Strom. Die Sau. Jetzt hat er noch einen oder was? Jetzt muss ich abwehren. Aber seine Verteidigung ist gesunken. Ne, Bodyslam. Jetzt macht er Bodyslam. Was ein Hund. Das hat er doch mit Absicht gemacht. Einmal so, einmal so. Genau. So, einmal Knuddler. Das sieht gut aus. Schaffen wir es jetzt? Ne, er wechselt raus auf Flunschlik. Komm, da müssen wir jetzt aber hier mit Wasser kommen. Das ist mir jetzt egal. Da komme ich mit allem, was ich habe. Ach ne, Boden. Ich darf wieder kein Registil reinholen. Dann mache ich Hydropumpe und er wehrt ab. Und dann bin ich eh tot. Und dann hat er schon aufgeladen. Und kann gegen mein Registil vorgehen. Also ich bin in der Unterhand. Guck. Was soll ich denn jetzt noch machen? Nix. Jetzt hätte ich raus wechseln müssen. Und dann den Rest voll. Aber habe ich nicht geschafft. Aber er hat wenigstens jetzt kein Move voll. Er macht den Steinhagel. Okay, ist halt so. So, dann schauen wir mal, was wir machen. Er ist sehr effektiv. Er wird sich das merken, dass er mit Boden angreifen muss. Boden, Mann. Erdbeben. Brrrrsch. Ja, ich würde ja gerne, ich würde ja gerne, schaffe ich es noch einen Fokusstoß zu machen. Kriegst du halt noch hier eins so. Aber dadurch, dass ich ja keinen Quick Move habe, der Schaden macht, werde ich dem Swallow jetzt wahrscheinlich gar nichts entgegenbringen können. Und der hat bestimmt hier noch was anderes voll. Wäre sogar effektiv gegen mich. Da, guckt euch das an. Wäre das jetzt ein Dioxus gewesen von meiner Seite aus. Zwei Schläge. Tod. So, kommt er und bringt mich um. Obwohl seine Verteidigung schon wieder gesunken ist. Dieses dämliche Lamm. Nächster Kampf. Egal. Weiter, weiter, weiter. Immer weiter. Achtung. Macht euch ein Kreuz im Kalender. Vom 15. Bis 18. Findet. Was? Dreamhack Germany. Hannover Start. Es erwartet euch tolle Boni im Veranstaltungsbereich. Sechsstündige Logmodule. Begegnung mit WhatsApp, Porygon, Incognito D und R als Belohnung in Feldforschungen. Ist doch was für ein Tobi, oder? Weiß er das schon? Muss man nicht mal sagen. Oh, Panzer Aeron hatten wir eben schon. Kann ich wieder auf den Steinhagel gehen? Wisch. 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 Und dann gleich nochmal. Muss ich gleich einen Screenshot machen in die Gruppe rein. Tobi heim. Muss ich schnell mal einen Screenshot machen. So, Screenshot ist auf jeden Fall schon gemacht. Stirbitz muss ich nur noch in die Gruppe kommen. Multitasking, alles nebenbei hin und her. Mal hier drauf. Und er ist tot. Elektrobal. Man. Dann kann ich noch einen Screenshot machen. Danach bin ich eh weg. So, was machen wir denn? Der grillt mich ja. Ich muss also eigentlich Registil nehmen. Was anderes kann ich ja gar nicht nehmen. Dann hoffen, dass der nichts Sinnvolles kann. Schmarotzer. Ja. Noch eine Attacke. Ja. Oh. Ein läppisches Elektroball. Hätte ich nie gedacht, dass das sowas kann und macht. Ich weiß auch nicht, ob das Stahl jetzt sinnvoll ist. Wahrscheinlich nicht. Er wird ab. Wir müssen auch abwehren. Wir müssen den auf jeden Fall wegkriegen noch. Doch, vielleicht hätte ich jetzt doch auf Fokusstoß gehen können. Jetzt, wo er ja keine Schilde mehr hatte. Nein. Nein. Er wechselt extra raus. Geht auf Nidoqueen. Mann. Da blick ich doch gar nicht mehr durch. Ja, gut. Er hat Zubarill. Okay, okay. Er hat keine Schilde mehr. Hm, hm, hm. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das? Ein Schild brauche ich auf jeden Fall noch. Na gut, ich habe ja noch fast volle Energie. Also erst mal eine Hydro-Pumpe auf dich. Nein, jetzt gibt es zu viel Schaden. Zu viel Schaden. Das darf man nicht. Kein Schaden. Ich muss jetzt alles abwehren, was kommt. Alles abwehren. Mit einem scheiß Giftzahn. Mann. Hydro-Pumpe. Aber bis ich jetzt was aufgeladen habe. Der bringt mich doch mit seinen Quick-Moves um. Mit seinem Voldo-Ball. Hätte ich den ersten auch schon abgewehrt. So, weil der ist weg. Aber ich komme doch jetzt gar nicht klar. Guck mal, was der macht. Sehr effektiv. Sehr effektiv. Tot. Ich habe zwar ein Schild, aber... Das wird mir jetzt nicht viel bringen, oder? Eins, zwei, drei. Und... Ah! Und er hat genau den nächsten hinterher. Noch einen Angriff. Einmal draufhauen, kurz. Jetzt wahrscheinlich gepasst. So passt gar nichts. Weg. Tot. Der Voldo-Ball. Tobi war schneller, aber trotzdem. Danke, Ramse. Ich konnte jetzt leider nicht nachgucken, was da alles schon gepostet wurde und was nicht. Ich habe einfach nur in den Screen gemacht und da reingeschmissen. Deswegen gucken wir mal. Tobi, egal. Okay, Glückwunsch. Weiß nicht mal, wo das ist. Irgendwo, nirgendwo wahrscheinlich. Naja. Interessiert mich nicht. Die Ikognidos können eh nicht scheinig sein. Die Buchstaben hat man theoretisch schon. Also könnte man schon haben. Deswegen lassen wir es erstmal ruhig angehen. Jetzt hat er rausgewechselt auf Landtouren. Ah, Landtouren ist auch wieder blöd. Kann ich ja nicht hier ankommen. Der grillt mich ja wieder. Aber wir können ja mal so drinbleiben gerade und schauen, was... Warum hat er gewechselt? Weil er wusste, dass ich Steine werfe. Aber ich kann ja... Ich brauche ja nicht auf Registil wechseln. Das bringt ja auch nichts. Gefühlt bringt gar nichts was hier gerade. So. Oder ich wechsle jetzt auch mal. Weil er hat gewechselt, dann wechsle ich jetzt eben auch. Dann ist er dann, wenn ich wieder reinkomme, mein Angriff wieder stärker. Und ja, der kann mir mit seinen komischen Moves wahrscheinlich eh nichts anhaben. Also stehe ich halt jetzt mit dem drin. Ist halt blöd, wenn der Gegner noch Schilde hat, wo du mit Registil kommst und er halt einfach 300 Jahre braucht, um seine Moves voll zu machen. In der Zeit kann sonst was passieren. Registil. Mann. Lichtkanone, nicht so effektiv. Der hat sogar überlebt. Der hat nicht mal geschildert, aber hat es überlebt. Was ist er denn für einer? Stirb? Ist er tot? Ich weiß es nicht. Sieht komisch aus. Flunschlig. Komm jetzt. Jetzt hier Fokusstoß drauf. Ich brauche meinen Dioxys noch gegen das fliegende Noctu. Er wehrt ab. Den brauche ich jetzt auch. Ist mir jetzt egal. Ja, ja. Mach ruhig. Ich wehre ab. Du wehrst ab. Und dann... Ich mache einfach nochmal Fokusstoß. Ich habe ja zur Not, falls ich sterbe, habe ich immer noch meinen Azumarill. Was dir auch noch was zeigen kann. Das müsste doch jetzt passen hier. Mit Fokusstoß. Na gut. Du hast ein Schild, aber trotzdem. Wehr halt ab. Ne, er wehrt nicht ab. Genial. Er wehrt nicht ab. Aber er macht seine Kack-Moves voll. Das war nicht schlau. Ja, aber dann nehme ich halt jetzt das Azumarill. Allwasser. Gegen den Bodenanteil. Ich bin noch voll. Der kann ja jetzt sicher was machen. Erdbeben würde ich auch zwei wegstecken. Er ist jetzt tot. Er hat immer noch beim letzten... Aha. Er hat immer noch so ein Schild, das er für das Noctur noch hat. Ein Steinhagel noch drauf. Gut. Jetzt ist er gleich tot. Aber Betonung liegt auf gleich, weil noch lebt er. Ich habe leider nichts mehr. Nein. Jetzt bringt er den auch noch rum, weil er sein Wuf voll hat. Mach's nicht. Sehr gut. Schaffe ich eine Hydro-Pumpe? Mach jetzt das Schild weg. Mach das Schild weg. Mach das Schild weg. So. Schild ist weg. Jetzt wird's kriminell. Ich muss jetzt Steinhagel machen. Dann ist der fort. Aber dann werde ich beim... Kampf gegen sein. Nein! Warum ist der denn so stark? Ich schaffe es nicht mehr zum Steinhagel. Vergiss es doch einfach. Egal. Blöde Eule da. Grüße an Itch-to-Domo. So. Natur-Pursche schon wieder dran. Weiter geht's. Wir lassen uns das nicht einkriegen. Dann stellt sich auch die Frage, ob ein Itch-to-Domo jemals dieses Videos sehen wird. Diesen Gag miterlebt. Mit der Eule. Das wird jetzt ein Außenstehender gar nicht verstehen. Warum kommt der denn von Eule auf Itch-to-Domo? Verstehe ich nicht. Sieht der so aus oder was? Das hat besondere Gründe. Steinhagel zum Beispiel. So. Vielleicht kennt ihr ja Itch-to-Domo. Und können ihm das zeigen, wenn er es selber nicht seht. Und dann freut er sich. Oder freut sich auch nicht. Ich weiß nicht. Kann man sich darüber freuen. Kann man einfach nur denken. Was soll die Scheiße? Das wahrscheinlich eher. So. Was machst du? Spukball. Windschnitt. Pff. Oh. Und er hat schon wieder gewechselt. Was auch sonst. Nach Tara. Das heißt, ich muss raus. Obwohl, nee, muss ich nicht. Warte mal. Guck mal, ich bin doch effektiv gegen dich. Weil ich mache nämlich so. Ich mache so. Und jetzt gehe ich raus. Jetzt kannst du ruhig angreifen mit deinem Schmarotzer-Zeugs. Aber ich habe noch ein paar. Ich habe meinen Move vollgeladen. Und habe noch ein paar Konder angebracht. So. Was wir sonst so machen, weiß ich nicht. Ist alles voll. Es dauert wieder ewig. Nicht jetzt. Azu. Nicht jetzt. Schmarotzer. Ein Knudler. Wollen wir mal probieren. Wusch. Abgewehrt. Okay. Jetzt schon mal ein Schild fort. Ich sehe nicht, dass der mir gefährlich werden kann. Also lassen wir das auch einfach durch. So wie wir es die ganze Zeit durchlassen. Aber ich denke mal, der wird gleich wieder wechseln. Jetzt dachte ich halt aufgegeben, weil das Bild so komisch war. Nein, hat er nicht. Knudler war schon voll. Ich habe Knudler gar nicht eingesetzt. Weil ich mich jetzt wieder ablenken lassen habe. Von dem Geschehen auf dem Bild. Jetzt hat er aber irgendwas eingewechselt. Boah. Und was? Nee, hat er nicht. Verstehe ich nicht. Achso. Mir macht die Startklarstand wegen der Attacke einfach da. Mehr war es gar nicht. Aber jetzt wird es nochmal kompliziert. Ja, ich kann ja das Registil eigentlich nicht reinschmeißen. Weil das kann bestimmt Durchbruch und haut den weg. Aber ich bin jetzt tot. Hm. Jetzt mal kurz überlegen. Ich habe hier voll. Der hat keine Schilde mehr. Ich komme rein und... Wieso bin ich jetzt auf Stein? Ja, ich habe gedacht, ich habe Registil mit Fokusstoß. Naja, egal. Dann mach halt mal so. Hm. Und dann hau halt einfach so drauf. Und schau halt, ob du noch irgendwas schaffst. Der hat ja im Prinzip... Ist das sein letztes Pokémon jetzt? Ich habe noch zwei Schilde. Ich dürfte auf bestimmten Durchbruch überleben. Oder? Ach, er macht eh Donnerschlag. Nein, dann passt es erst recht. Ach ja, ich habe noch zwei Schilde. Genau. Ich würde vielleicht ab jetzt doch lieber alles abwehren. Ihn mit den Quick Moves runterziehen. Und dann habe ich auf das letzte Pokémon die freie Auswahl zwischen Fokusstoß und Lichtkanone. Er muss nur halt irgendwann mal sterben. So, jetzt. Und jetzt kommt's. Was hat er jetzt? Flug. Gift. Ich wehre mal ab. Flug. Kampf. Nix gut. Nix gut. Ach, ich mache jetzt einfach Lichtkanone. So. Lichtkanone. Von Danone. Und er ist tot. Zum Glück steht das immer vorher schon da, dass man genau weiß, ob man gewonnen hat oder verloren hat. Du hast gewonnen. 51 Minuten aufgenommen. 17, 18. Ist da noch was? Ne, da ist nix. Aber ich habe nur zwei Kämpfe gewonnen. Reicht natürlich trotzdem für Rang 4, aber ist natürlich, naja, nicht so schön. Ich würde sagen, ich mache einfach noch fünf dran. Mir ist egal. Ich würde sagen, wir haben fast eine Stunde aufgenommen. Reicht. Aber es ist ja gerade erst mal 17.00 Uhr und 18.00 Uhr muss ich erst streamen. Karmesin. Und da werde ich doch bestimmt fix noch einen Fünfer dazwischen schaffen. Ich habe heute noch nichts gegessen. Und noch nichts getrunken. Ich traue mich nicht, weil ich heute früh schon wieder beim Zahnarzt war. Wir haben die Fäden gezogen diesmal. Wir haben gesagt, oh mein Gott, das wird gleich richtig wehtun, weil die Fäden sind schon verwachsen. Die sind schon da reingegangen. Tja, vielleicht hätten sie halt nicht nach 14 Wochen, nach 14 Tagen das machen sollen, sondern schon ein bisschen eher, dass es nicht so weit kommt. Jetzt ist da irgendwie ein Streifen drin mit Medizin reingelegt in die Wunde und da habe ich mich gar nicht getraut, mein Bier-Advents-Kalender-Türchen heute aufzumachen. Ich mache nicht mehr so viel Schaden. Hätte ich lieber aufgehört. Das war doch gerade schön. Jetzt macht er hier Kreuzheb. Ich habe jetzt wieder gedacht. Kreuzheb ist doch Kampf. Der kann bestimmt auch so schmarotzermäßig irgendwelchen blöden Mist. Naja, egal. Der hat aber auf jeden Fall gewechselt. Der kann ich auch wechseln, weil es bringt nichts, das jetzt darum zu zerren mit reduzierten Angriff. Da geh mal lieber hier rein. Weil der kann doch bestimmt nichts machen. Guck dir das an. Nee, der theoretisch nichts machen kann. Der greift schon gar nicht mehr an. Der steht einfach nur noch da. Ich lasse das jetzt alles über mich ergehen. Ich habe noch ein Schild. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist das Reitschuh. Ne, das Reitschuh ist tot. Jetzt, jetzt schon wieder Elektro und Pflanze. Und dann mach halt jetzt mal Knudler. Da stirbst du halt jetzt. Kann ich es auch nicht ändern. Knudler. Knudler, Mann. So, wen opfern wir jetzt? Guck mal hier auf Psycho drauf. Wir haben nur noch ein Schild. Das eine Schild werde ich jetzt nutzen. Hier reinkommen. Energieball. Nicht, dass der noch einen voll hat. Psi-Schub voll. Da hat uns kurz noch was Elektrisches getroffen. Und Er ist tot. Wunderbar. Boah, Voltula. Voltula habe ich mir damals auch immer die Zähne ausgebissen. So, weiter. Komm rein. Nächste. Eins von fünf. Fünf von fünf brauchen wir. 17 Uhr 22 hier. 18 Uhr geht es los. Eigentlich muss ich mir zwischendurch noch einen Tee machen. Tim Le Bim Boy. Boah, was? Timmel, Bimbel, Bobbel. Timmel, Bimbel. Boah. Und noch mehr. Der ist Typ normal. Das Elektro ignorieren wir. Der ist einfach nur normal. So, jetzt haben wir Alp-Holo. Hm. Dann gehen wir rein. Hier mit Maus. Lassen das mal durch. Bis ich immer wechsle. Vergehen 100.000 Jahre. Der erkennt alles sofort. Und ich immer so. Wad ist dat? Was mache ich jetzt? Was soll das? Ja. Jetzt habe ich es schon einmal durchgelassen. Ein zweites Mal durchgelassen. Ich brauche wieder 300 Jahre, bis ich fertig bin und mal angreifen kann. Und dann wehrt er einfach ab. Und dann ist er schon wieder weiter als ich. Mann, 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 Mann. Aber die Ochse ist am Anfang, das war gut gegen Seins. Deswegen, ich muss mir das hier eigentlich gerade warm halten. Ich brauche das noch. Ich muss es jetzt abwehren. Das ist jetzt wichtig. Hallo? Ich muss es jetzt abwehren. Ich muss mein zweites Schild raus. Raus, weg mit dem Schild, denn er hat immer noch finster Faust. Bitte Knudler voll. Greif an. Der muss weg. Der ist mir viel zu bösartig. Der macht viel zu viel Schaden. Also, fort. Nicht sehr effektiv, aber fort. Jetzt haben wir Nachthara. Was haben wir denn bei Nachthara eben für lustige Sachen gemacht? Wisst ihr es noch? Wir hatten hier Kollege Bronco dabei. Und haben immer so normal draufgehauen. Und das sollte dann reichen im Prinzip. Das müssen wir aber jetzt gleich abändern. Oh, verdammt. Der hat schon seinen Move. Wie schnell hat der denn seinen Move voll? Der hat das doch noch nicht einmal drin gehabt, oder? Macht jetzt finster Aura. Und jetzt bin ich im Prinzip gleich tot. Dann kann er ja auch jetzt gehen. Er hat ja jetzt kein... Er hat ja jetzt kein Schutzschild mehr. Jetzt müssen wir nur noch drinbleiben und den Fokusstoß einkassieren. Und dann, ja... Und was macht er? Finster Aura. Bleib bloß drin. Ich trau mich nicht, da unten zu drücken. Habe ich immer zu denken, der wechselt raus. Und er hat jetzt rausgewechselt, oder? Oh. Der ist so bescheuert. Ja gut, aber der war Typ normal. Ja, aber jetzt... Ich... Jetzt muss ich wieder da hoch mich kämpfen. Zum Fokusstoß. Und ich kann auch gerade nicht wechseln. Also... Hallo, hallo, hallo. Komm, den einen kannst du doch bestimmt noch überleben, oder? Halt nur noch einmal durch. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt ein Fokusstoß. Schreibt es jetzt schon mal hin, dass ich gewonnen habe. Komm. Schreibt es jetzt schon mal hin. Egal. Da steht nichts. Hä? Jetzt... Boah. Da ist schon Angst. Wenn du dich nicht auf das verlässt, was da passiert, sondern auf irgendeine Anzeige, die dann irgendwann für eine Aufgabe zählt, dann denkst du schon, das passt nicht. Also Mosquito... Ich nix Superliga, deswegen lieber so und dann mal gucken, was passiert. Dann gehen wir nachher hier wahrscheinlich mit Rang 5 raus. Aber reicht ja, dass wir überhaupt jetzt 5 Matches machen. Wir müssen ja wie gesagt nicht gewinnen. So, Eis, Rexblisser, Eis und Pflanze, Eis und Pflanze. Was macht der jetzt? Ich weiß nicht, mit was der macht. Meteorologe. Von irgendeinem Typ. Irgendwas. Und ist egal, aber passt. So machen die das immer. Warum hat er rausgewechselt? Wenn ich doch so gut bin an ihm. Hat er Angst vor die Oxys. Ist schon wieder nicht mehr, was er jetzt im ersten Ding hatte. Egal, wir bleiben jetzt einfach hier drin. So, der hat abgewehrt. Ich wehre halt einfach auch mal. Aber wenn er abwehrt, wäre ich auch ab. Er hat ja zuerst geschildet. Das heißt, ich habe dann immer noch einen Schild mehr wie er. Das ist jetzt immer die Logik dahinter. So. Mo. Steinhagel. Jetzt hat er gar kein Schild mehr. Wenn ich jetzt abwehre und den Rest runterkloppe. Ne, er wechselt raus. Azumarill. Dann nehme ich auch Azumarill. Und dann machen wir jetzt beide mit Azumarill rum. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wer welche Attacken hat und wer welche zuerst nutzt. So, er macht Knuddler. Mache ich wohl auch Knuddler. Er hat 14,97. Ich habe 14,98. Einfach fabelhaft. Komm. Vielleicht trifft er mal nur gut. Thomas Speck hat ein Foto gesendet. Knuddler. Knuddler. Ja, die Leute schicken ihre Sachen für Raider Mittwoch rein. Ich will auch geknuddelt werden. Ich habe Bier und ich trinke es in mich rein. Ja, bringt mich aber um. Lass mich mal wechseln. Schnell. Ha. Da bin ich. Wer hätte es gedacht. Jetzt kannst du ruhig kommen mit irgendwas. Wir haben ja beide keine Schilde mehr. Das war genial. Oh. Und er hat natürlich Meditalis am Stall. Und darf zuerst angreifen. Der macht bestimmt Steigerungshieb. Steigerungshieb. Ja. Sehr effektiv. Ey. Komm. Ich gehe auf Fokusstoß. Mir ist egal. Nee. Du musst Lichtkanone nehmen. Lichtkanone. Ja. Hätte ich lieber mal gemacht. Aber ist jetzt zu spät. Schaffe ich auch nicht mehr. Was mache ich denn jetzt? Jetzt auf. Jetzt auf Azumarill. Bitte. Bitte. Das ist zu viel. Psychogenese. Ah. Er haut halt voll drauf. Mach jetzt nochmal hier Stein. Steinhagel. Einmal. Psycho. Gegen Kampf. Aber der hat doch auch Psycho. Ah. Und es war richtig schlecht. Der hat doch alle drei Pokemon. Das kann doch nicht sein. Der hat wahrscheinlich vier mitgenommen. Steigerung. Angriff steigt. Tod. Das war nichts. Aber Nummer drei. Glaube ich. Noch zwei. Ich muss ja nur noch einen gewinnen. Dann habe ich ja wenigstens meine Pokemon-Belohnung wieder. Am Start. So. Thomas Speck. Alexander Ahringer. Du sollst Adi nicht immer. Screenshot. Pupsi. Was denn? Du sollst Adi nicht immer am Bobs rumfummeln. Hä? Die hat jetzt das Türchen von heute kommentiert. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Wer wem am Bobs rumgefummelt hat. Glurak. Na, hey. Das verstehe ich erst recht nicht. Wie kann der denn auf Glurak gehen? Stein gegen Flug. Stein gegen Feuer. Bam. Ich fetz den doch komplett weg. Wenn er jetzt den Rexblaser wieder rein holt, bin ich doch auch gut da. Er hat Nokchan am Start. Ich habe hier Psi-Schub. Wenn es mich schwächt, egal, dann wechsle ich halt raus. Ich weiß nicht, was der hat, aber ich wechsle trotzdem raus. Der kommt bestimmt mit seinem Rexblaser gleich zurück und denkt sich, oh, ein Wasser-Pokémon. Zum Glück habe ich so Pflanzen-Moves. Aber egal. Bleiben wir jetzt erstmal drin. Feuerschlag kann ja Wasser nix anrichten. Möchte das Dioxys lieber dann gegen das Rexblaser noch haben. Der vertraue ich eh nicht. Wenn du Feuerschlag hast, gegen Regis-Deal auch nicht gut. Puh, deswegen sind wir zwei jetzt halt hier. So. Tot. Mega Rexblaser. Ich darf sogar eher angreifen. Ist jetzt dein Schild fort? Sollte ich mich einfach umbringen lassen am besten? Ja, muss ich ja sowieso. Das war ja Quatsch. Komm, ich nehme Regis-Deal. Ich habe ja jetzt Zeit. Da kann ich ja jetzt in Ruhe hier ein bisschen was machen. Ich lasse es auch mal durch. Ich bin mir jetzt sicher, dass der mir gar nicht... Wutanfall. Und dann einfach ein Fokusstoß. Dann müssen wir doch das Ding im Sack haben. So. Steht auch schon da. Wunderbar. Bist du die Ochse jetzt gar nicht nochmal gebraucht? Jetzt fehlt trotzdem noch eins. Pokémon-Belohnung ist auf jeden Fall gesichert. Gab es einen Mähtang im ersten Rang als Pokémon-Belohnung. Garantiert. Ist auch sehr cool. Natürlich mit gelber Beere fangen. Für die Bon-Boms. Ne. Mit M&M. Deswegen. Was denkt ihr denn, wieso man Bon-Boms sagt? Wenn die immer einem die M&Ms zeigen. Und ihr das M und das M beides drinnen habt. Und dann nicht mehr Bon-Bon sagt. Sondern Bon-Bom. Bon-Bi-Ba-Boom. Und dann BAH. Ja, aber egal. Das ist ein anderes Thema hier. Stahl. Zack. Sehr effektiv. Und er wechselt raus. Auf. Dann gehe ich auch drauf. So. Ich mache mit. 14.92. 14.98. Wird wieder mal ein spannendes LKW-Rennen. Wer hat Adi am Bobs rumgefummelt? Muss ich mir das Video dann nochmal angucken. Adi liegt im Bett und schläft. Da wird nicht gefummelt. Geh, Adi? Eisstrahl hat er. Ich habe keinen Eisstrahl. Ich habe zwei andere. Aber guckt mal. Puh. Wie meins theoretisch. Richtig reinhaut. Und wenn er jetzt. Er kann eigentlich jetzt gar nicht mehr nachziehen. Falls er auch Knudler jetzt hat. Wäre er doch bestimmt eher tot als ich. Er hat wieder nur Eisstrahl. Also ich denke mal. Ja. Er ist jetzt bei der Hälfte. Er ist schon im gelben Bereich. Also Knudler. Bruder Knudler. Guck dir das an. Ein Knudler nach dem anderen. Jetzt wäre er sogar ab. Ich habe noch beide Schilde. Selbst wenn er Knudler hätte, würde ich es jetzt überleben. Bin ich mal von aus. Jetzt holt er den rein. Dann hole ich halt wieder den rein. Bin natürlich aber jetzt auf Gestein gegangen. Warte mal. Hydro-Pumpe wäre doch sinnvoll gewesen. Na. Bin aber schon raus. Stein ist nix. Aber der hat auch hier. Konda. Wovon ich halt nicht viel merke. Aber egal. Konda. Sofortangriff. Quickmoves. Flammenwurf. Oh. Dann darf ich kein Rikki Steel reinholen. Ich mache trotzdem Steinhage. Selbst wenn es nur ganz minimal Schaden macht. Egal. Das wird jetzt alles mitgenommen. Könnten den auch mit Psy-Schub überraschen. Aber das immer nur erst. Kurz bevor ich tot bin am besten. Jetzt. Ich bin noch gar nicht tot. Aber wenn er einen Move gemacht hätte. Wäre ich wahrscheinlich tot. Also ich hätte wieder geschildert. Aber nein. Wir schilden jetzt nicht. Wir machen Psy-Schub nicht sehr effektiv. Allerdings. Jetzt. Lass mich halt jetzt sterben. Oder sterb selber. Gut. Er ist. Er ist selber gestorben. Das finde ich sehr gut. Dass er das so mitnimmt. Das lassen wir jetzt auch mal durch. Weil wir sind ja eh geschwächt. Und wir haben ja noch unser super geniales. Ja. Wir dürfen sogar noch mal angreifen. Ah ne. Wir sind doch jetzt tot. Wir holen unser Azumarill einfach zurück. Wir haben auch noch einen Knuddler da. Und machen weiter wie vorhin. So. Knuddler. Knuddler. Was soll jetzt noch passieren. Im Boleon. Jetzt hätte ich wechseln müssen. Ich will mit denen drin behalten. Ich mache jetzt hier diesen. Und dann wechsel ich rüber. Und jetzt versuchen wir schnell noch einen Fokusstoß drauf zu knallen. Der dürfte doch passen. Aquarubitze macht mir nix. Was anderes hast du nicht. Genial. Ein. Fokusstoß. Gegen. Dein. Stahltyp. Dann. Kommst du mit deinem. Azumarill wieder rein. Ich mache ein bisschen Schaden. Vielleicht kann ich ja. Ich habe Knuddler voll. Der muss sterben. Fall halt jetzt um. Naja. Lebt noch. Dann kann ich ja wahrscheinlich noch sogar meine Lichtkanone machen. Und es mit Registil beenden. Registil. Registil. Registil beendet. Steht wieder nix da. Komm, stimmt jetzt. Genau. Neun Forschungsaufgaben aktualisiert. Eine Stunde zehn Minuten. Eine Stunde zehn Minuten. 17.36 Uhr. Großartig. Großartig. Oh nein. Das wilde Winko ist geflüchtet. So. Was ist das? Na jente. Jetzt mal ernsthaft. Was ist das? Du kannst dann die Belohnung abholen? Was? 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 Ich verstehe es nicht. Ich kann es mal kurz neu starten. Ja. Und dann gucken, ob es geht. Aber kennt ihr das? Was ist das? Was macht man da? Kann man das an der Yentik schicken und sagen, guck mal. Guck mal, der Yentik. Guck mal. Guck mal, was ich gefunden habe. Warum ist das so? Also GPS ist ja da und alles. Deswegen gucken wir nochmal drauf. Uh. Nach dem Neustart geht es ja doch. Noch. Nach dem Neustart geht es dann wohl. 14.10.13. Also jetzt können wir noch hier Rang 5. Zack. Wieder anfangen. Season 9. Dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Boah, aber das nächste ist genial. Guck dir das an. Also eigentlich ist es egal, weil du steigst ja sowieso immer auf. Wir sind jetzt also bei, nochmal auf die Statistik gucken. 24 Kämpfe, 15 Siege. Ich finde es immer gut, wenn ich mehr Siege als Niederlagen habe. Also bei 24, 15 ist auf jeden Fall mehr als 50%. Bast. Bast wie immer. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Was habt ihr in der Superliga für ein Team gespielt? Wollt ihr das vielleicht mal verraten? Oder wie findet ihr die Superliga? Das war es jetzt. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Habe ich eben schon gesagt. Ciao.